herzlich willkommen auf meinem so eine scheiß location auf meinem dachboden weil unten ich habe gerade besuch von einer cousine von meiner schwester also auch meine cousine und ich will jetzt nicht unbedingt im zimmer aufnehmen daher mache ich das jetzt gerade auf dem dach nur um zu sagen vielen vielen dank für 50 abonnenten ich habe es endlich geschafft ich habe mein ganzes leben lang daran gearbeitet ich kam aus daraus und habe gewusst ich werde youtube jetzt habe ich die 50 abonnenten erreicht dank dir und jedenfalls gibt es jetzt ein problem denn ich habe keine ahnung was ich als nächstes machen soll sprich ich werde jetzt einfach so weitermachen wie die letzten acht monate auch neun monat neun monate neun monate müssen es sein auf alle fälle noch ein kleines wort zum herr dreamtext und zwar wir werden wir bereits angekündigt hat wird bei ihm eine kleine pause sein wir werden nämlich seine neuen aufnahme beziehungsweise gaming rechner zusammen bauen und auch noch ein kleines wort von mir ich habe euch ja gesagt der ein oder andere wird sich vielleicht daran erinnern ich baue auch ein zusammen habe ich gesagt wollte ich auch nur ich hatte meinen hatte die teile da sowas wie dieses scheiß kabel hier hatte ich da ist übrigens übrig geblieben wer interesse hat 270 euro pro zentimeter qualität jedenfalls habe ich es nicht gemacht weil jetzt brauche ich eine ausrede moment eine minüt 37 sekunden späte sechs ein halb stunden späte mir fällt nichts ein auf alle fälle doch ich hatte die teile da und ich sollte noch eine woche warten weil der dreamtext nicht konnte das video aufnehmen und alleine aufnehmen kann man das nicht das ist unglaublich schwer jedenfalls habe ich gesagt gut ich baue es jetzt einfach zusammen fuck fuck that shit ich habe es einfach aufgebaut jedenfalls ich habe es dann aufgebaut und habe ich mir danach gedacht jedenfalls dieses das werde ich beim dreamtext nachholen wir in vier fünf monaten ungefähr werden wir alle teile haben die wir ungefähr für den rechner brauchen da werde ich halt dann erklären wie man solche kabel mit diesen kabel hier verwendet oder auch andersrum oder dem da mit dem da oder halt auch wie man ich zeig das mal handy nicht runterfallen das ist übrigens mein alter rechner das ist meine definitiv zu schlechte alte grafikkarte und ich werde dann einfach beim dreamtext euch zeigen wie man das ganze gedönse zusammenbaut mein habe ich jetzt mittlerweile schon seit einem halben jahr und der läuft ganz ehrlich besser als einer von achtung schleichwerbung asus oder acer beispielsweise von acer ich hatte nach drei tagen windows error schon beziehungsweise die taskleiste ohne dies verschwunden war windows explorer exe funktioniert nicht ich habe mit dem rechner seit einem halben jahr kein einziges problem mehr gehabt und ich habe den selber zusammengebohlt also acer nimmt euch mal bitte ein beispiel dran was ein 17 jährige so schafft und das nur mit tutorials ihr wichser nein spaß auf alle fälle ich werde das beim dreamtext nachholen wir sehen uns dann im nächsten video beziehungsweise in einem meiner let's plays hier übrigens ist der dreamtext verlinkt da könnt ihr gerne mal vorbeigucken abonnieren kommentieren egal der freut sich über alles glaube ich und auf alle fälle dann vorbeigucken wenn er den neuen rechner hat wenn wir das video da gemacht haben wir werden so wie wir das besprochen haben das video werden wir bei mir hochladen weil ich habe ja schon die serie pcg h und software die habe ich ja schon bei mir vielleicht werden auch ein teil bei ihm hochladen das weiß ich nicht auf alle fälle guckt dann bitte mal bei ihm guckt mal bei ihm rein wenn er dann den neuen rechner hat beziehungsweise auch das neue mikro mich fack dieser schatten hier in der fresse dauernd ab das ist doch weil von von da ne von da das ist das hinter mir und auf der anderen seite ist auch noch mal so ein scheiß wenn das heißt das licht kommt direkt auf mich zu und ich habe hier wie wegen des scheiße handy meine mein arm da der mir gleich abfällt weil es extremst anstrengend ist seit vier minuten und 30 sekunden den arm so zu halten da knick jedenfalls ja tschüss und noch mal vielen vielen dank für die 50 abonnenten mal sehen was bei den 100 ist bei den 200 bei den 300 bei den 267 1555 millionen 267 231 31,3 mal sehen was dann ist dann werde ich keine ahnung vielleicht nackt durch frankfurt der innenstadt rennen ich weiß es auch nicht auf alle fälle vielen vielen dank und wir sehen uns dann irgendwo